Ein Wohnwagen für den anspruchsvollen Camper, der Opal von Fendt Caravan. Hier bleiben keine Wünsche offen. Schick, edel und exklusiv. Ein Caravan der Oberklasse mit neuem Interieur. Der Opal von Fendt Caravan ist der zuverlässige Begleiter in der Oberklasse. In der Saison 2020 ist er komplett überarbeitet und neu gestaltet worden. Und so bleiben hier keine Wünsche offen. Schickes Wohndesign, edle Materialien, exklusive Grundrissvarianten sowie üppige Serienausstattung sind eine Selbstverständlichkeit. Für das Interieur stehen insgesamt sieben Grundrisse zur Auswahl. Unter anderem zum ersten Mal in der Oberklasse auch ein Kinderzimmergrundriss. Des Weiteren gibt es unterschiedlichste Raumlösungen bei Küchen, Sitzgruppen, Bäder und Bettenanordnungen. Es gibt einen neuen 133 Liter Kühlschrank Slim Tower, der sich beidseitig öffnen lässt. Dieser verfügt zudem über ein herausnehmbares Gefrierfach mit Innenbeleuchtung. Neu ist auch das Interieur Möbelholz Kastanie Chilento, kombinierbar mit den zeitgemäßen Stoffvarianten Murcia oder Ponza. Zu den Besonderheiten gehören auch zwei L-Küchen-Varianten. In der Rundsitzgruppe gibt es neue 12-Volt-Lese-Spots. Neu sind die großzügigen Staukästen sowie die indirekte Beleuchtung oberhalb der Dachstaukästen. Neu sind sie nicht so zudem in der Rundsitzgruppe. Nicht zu vergessen die Gasheizung Kombi 4 und Kombi 6 mit Umluftverteilung und integriertem Warmwasserboiler.